Hallo, mein Name ist Lisa. Ich habe mich 2008 für die Bionik-Klasse in der HTL Brauna entschieden. 2013 erfolgreich dort maturiert. Derzeit befinde ich mich in Uganda. Ich habe mich nach der Schule nämlich für einen achtmonatigen Aufenthalt entschieden, wo ich in den Kinderheimen Sinclair helfe. Nach diesen acht Monaten würde ich ganz gerne mein Glück bei der Psychologie probieren. Falls dies jedoch nicht klappt, werde ich weiterhin in der Chemie tätig bleiben und mir einen technischen Job mit Schwerpunktchemie suchen.